Musik Ja, herzlich willkommen bei SupergamesTV. Das ist mein Kellertagebuch mit mir, Lennart. Das bin übrigens ich. Und wegen der Aktion gestern, ihr erinnert euch an Kellertagebuch Nummer 24, da habe ich versucht, die Führung des Kellers hier an mich zu reißen. Leider ist die heute wieder rückgängig gemacht worden. Jochen kam an, war ein bisschen sauber und hat gesagt, so nicht, ich bin hier der Chef und du musst jetzt spülen, Lennart. Deswegen stehe ich hier und spüle heute, was zum Scheiß ist. Ich fange einfach mal an. Ja, ich mache das jetzt schon. Alles klar. Ich wollte noch was wegen dem Bart sagen, der muss ab. Okay, mache ich. Der Bart muss ab. Sorry. Alles klar. Wir hoffen, ich sauge hier nachher, ja? Ja. Ich bin 18 Jahre alt. Ah, boh, 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 boh. Oh, 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 boh, boh. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder rein, bei Super Gamescom vor, wenn es heißt, Lennart spült oder macht andere Sachen sauber. Bis dahin. Tschüss. So, fertig, offen. So, fertig, offen.